Es tut mir leid, da hat mein Telefon geklingelt und wir spielen direkt weiter. So, also ich muss gegen die Fensterscheiben schießen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das war ja einfach. Ja, genau so. Als hätte er es schon immer gemacht. Und, ähm, was jetzt? Ach, da sind ein paar rote Sprüche. Und da klingelt wieder das Telefon, es tut mir leid. So, da bin ich wieder und kein langes Geschwätz, es geht weiter. War ein langes Telefonat. Oh, oh, was geht jetzt hier ab? Oh, oh, oh. Ja, lad doch nach. Jetzt nach oben. Da hängt noch einer. So. Okay, was müssen wir drücken? Wieder links. Bam. Immer in die Fresse. Immer in die Fresse. Und, yeah. Mann, sind wir cool. Was wir alles in der Luft können, als hätten wir schon hundertmal gemacht. Oh Gott, ey. Kann nicht sein, dass hier alles so vollgeklatscht ist von einem Flugzeug, ey. So, da ist sie wieder, unsere Tossi. Und, drei, zwei, eins. Wir haben sie. Wie kann es auch anderes sein? Ganz genau. Hahaha, sieht der gut aus. Gentlemen, negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate and the saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the saints accounts and leave them nothing. Ja. So, machen wir es favorite, was wir diesmal bekommen. Wieder einen Respekt. Okay, Freddy, can fight your final fights in the combat. Alles klar. Aber anrufen werden wir sie wahrscheinlich nie. Wie wir Männer so sind. Das dauert aber lang. Na auf, komm Jungs, ich möchte hier mal ein bisschen spielen und so. Ihr wollt natürlich auch weiter zusehen, wie es hier weitergeht. Ich schätze doch, dass das Spiel recht interessant werden kann, so was wir jetzt bisher gesehen haben. Weil das hauptsächlich Spiel haben wir noch gar nicht gesehen, wie man durch die Stadt fährt, wie bei GTA und einfach irgendwelchen Blödsinn verzettelt. Irgendwie dauert das doch ganz schön lange, also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich mache mal eine kleine Aufnahmepause, bis es zu Ende geladen hat, dass ihr nicht durchgehend da gucken müsst, wie das da so rumlädt. Vielleicht hängt das Spiel auch einfach. Dann bis zur nächsten Session, bis dann Jungs. Und da sind wir wieder zurück, auf der Straße. Wahrscheinlich hat er die ganze Map geladen, darum dauert das so lang. Dann, wir gehen los. Ich denke mal, die roten Punkte sind Polizisten. Also, von den Kampf-Szenen her ist es eigentlich ganz cool. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Radiomusik so laut ist. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Aha. Unser Black-Turry ist das. Mit natürlich dem Saints Row-Hintergrund und Saints Row-Icons. Aha. So, hier sehen wir die schöne City. Ich denke, da haben wir noch einiges zu tun. He checked the car. Ja, alles klar. Bob. Hahaha. Also, es hat sich wirklich rein, nichts an dem Spiel geändert. Das ist immer noch genauso lustig wie vor. Die Bullen. Oh, ich will den haben. Ja, später. Sehen wir bestimmt nicht ein letztes Mal. Oh. Wir machen alles Platz. Wo hat der seinen Führerschein gelernt? Der scheint recht schnell zu sein, der Wagen. Fühlt sich schon so ein bisschen unglaubwürdig an von der Geschwindigkeit her. Wir dürfen noch nicht vergessen, wir spielen in der Zukunft. In was für einem Jahr, weiß ich noch nicht. Oh. Aber wir sind sowieso jetzt da. Das bringt nichts mehr. So. Tappel und der nächste Sky. Ja, ja. Ich will, dass mal die Hilfe weggeht. Ah. Das gibt es noch nicht. Muss ich da jetzt wirklich da so draufdrücken? So, jetzt haben wir es. Ja, die ist doch unser Gebiet. Und die Musik passt wunderbar dazu. Wie ihr alle gut hören könnt. Oh yeah. Ich brauch Munition. Wir holen uns einfach Munition. Buy und Upgrade Swippen. Ich kann mir nix machen. Equipment, Equipment. Ah, hier können wir sowas kaufen. 5000. So viel habe ich leider nicht. Ich bin kein echter Gangster. Wir können auch natürlich rausschießen. Oh. Das sah nicht gesund aus. Geht mir mal aus dem Weg hier. Kann und... Oh, da ist ein Fragezeichen. Hier gibt es Geld. Es gibt auch noch Punkte, wenn wir nah an irgendwas vorbeifahren. Also Respekt. Das ist natürlich... Ach, das ist wie beim ersten Spiel. Genau. So habe ich mir meinen Respekt nicht mehr zusammengesammelt. Ich bin nah an Autos vorbeigefahren. Uh, das ist respektwürdig. So, wir sind fast angekommen. Das Auto ist natürlich schon Schrott. So wie das sein muss. Oh. Oh, ich glaube, wir müssen die überfahren. Oh Gott, ich kann nicht fahren, gell. Ich bin kein bisschen mehr so ein Spiel gewohnt. Wir laufen hier. Ja, wir laufen. Komm, steig aus. Ich mach dich platt. Ich mach euch alle platt. Boah, die halten aber ganz schön was aus hier. Oh. Können die alle Bummen machen, oder was, hier? Komm, komm, ja. Der ist immer noch nicht tot. Das kann doch nicht sein. Komm, hier, jetzt nehm ich dich mal. Ich glaube, das ist die beste Waffe überhaupt. Jetzt können wir den vielleicht mal auf den hinschmeißen, ne? Hui. Ach, wer hat den erschossen? Ich war es nicht. Ja, natürlich. Ich bin der Boss und ich bin nice. Das kann doch nicht sein, oder? Ja gut, treffen können die Soldaten überhaupt nicht. Ich mach euch kaputt. Da helfen auch deine Schutzwesten nix, Meister. Komm, wir springen hier elegant hier drüber. Dann nehmen wir ihn als Geisel. Und wo hauen wir ihn dagegen? Oh, Gott, das sieht doch schön aus hier. Hier hauen wir ihn dagegen. Und. Bam. Und. Oh, Gott, das sind Bomben. Bomben. Ja, aber Bomben machen können sie anscheinend nicht. So, das hätten wir. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, das sind alles voller Bomben. Vielleicht die Luft sprengen? Ja, was soll ich jetzt hier tun? Kann doch nicht sein. Ähm. Ja. Wenn ihr mal unten auf dem Radar guckt, was hier los ist. Ich mein, das ist jetzt einer der ersten Level. Das sollte ja eigentlich noch recht einfach sein. Aber es sieht schon irgendwie recht, äh, mörderisch aus. Und treffen tun mir auch nix. Ja, ja, lad nach los. Und. Oh, ich hol mir doch alle um hier. Kann doch nicht sein. Aber treffen. Hier, was ist doch das hier? Ist das nicht Schrotflinte? Ja. Na, aber cool ist die nicht. Die ja vielleicht im Häuserkampf. Aber so nicht. Okay. Ähm. Ja, natürlich. Könnt ihr mal sehen, was ich hier drauf habe, ja? Oh, die darf ich gar nicht. Ach, das ist ja geil, ey. Wo muss ich denn hinschießen? Was muss ich denn? Ach, die hier, oder was? Booo? Boah. 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 Ah, okay. Jetzt sind sie angezeigt. Kaboom. Ah, das ist ja mal genial, ey. So, wo haben wir noch ein paar? Ach, da sind doch überall die Pfeile angezeigt. Ja, ich kann da nicht hingucken. Das ist auch was Weites. Und? Bop! Das könnte ich ein ganzes Dach machen. Das macht mir Spaß hier. Boom! Ein dicker. Boah, ich will so einen Panzer haben, ne? Wir können hier alles in die Luft sprengen. Da steht auch einer. Den nehmen wir auch einfach mal mit. Kaboom! Boom! Sag mal, wie lange soll man das denn machen? Protection der Helicopters. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Umschalt? Umschalt? Ach, Umschalt! Natürlich. So war das nicht geplant. E-Exit. Ich wollte ja eigentlich hier... Na! Ah, sterben wollen wir auch nicht hier. Na gut, wer möchte das schon. Oh, mein Heal ist fast weg. Aber ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach hier... Oh, mein Heal ist fast weg, aber ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach hier...